Also, gerade nach dem Abpfiff ist das schwer, schwieriger, wenn man verloren hat, aber ich finde, das ist eigentlich ein Spiel, das wir können gewinnen, aber wir belohnen uns nicht. Und klar, die Torhüter von Berlin, Melissa war gut gehalten und ja, also die war in den Momenten, wo wir schlecht waren, war die ein bisschen heißer, hat ein paar Abpraller bekommen und dann haben ein bisschen so leichte Fehler gemacht bei den Abwehr und Angriff, das uns sehr wehgetan hat. Aber ja, zum Schluss verlieren wir, wahrscheinlich verdient auch. Ja, von Anfang an war das richtig hoch und das hat man gemerkt. Berlin ist eine sehr, sehr schwere Mannschaft, also die kommt mit viel Dampf und ja, also es ist schwer zu jede Sanktion verteidigen, aber wir haben versucht, unsere Beste, aber hat nicht geklappt heute. Ja, es war eine richtig gute Stimmung in der Halle, viele Leute hier und ja, ich glaube, wir haben nur nicht gut gespielt, ganz einfach, der Fußball Berlin war einfach besser heute. Und wir haben viele Kleinigkeiten gemacht. Ja, wir haben gut gekämpft heute, aber wenn du verlierst, dann ist es so schwer. Aber ja, tut mir leid, tut mir leid. Wir machen das jetzt.